Was geht Leute? Mein Name ist Andrew Fox. Und heute spielen wir Dodge The Wall. Wie ihr seht, habe ich wieder eine VR-Brille. Intriga hat ihre Schulden beglichen und ich habe mir diesbezüglich, nein, natürlich nicht, ich habe mir eine Ersatzbrille geholt, um auch dieses Loch füllen zu können. Die Reparatur ist am Laufen, aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache wir können weiter spielen. Dodge The Wall spielen wir heute. Ein paar Freunde habe ich eingeladen. Ich sage euch, es wird witzig, es wird richtig witzig. Wir werden uns ein bisschen peinlich benehmen. Ein paar Kunststücke machen, ein paar Stretches, wo ich nicht mehr wusste, dass ich sie kann. Aber es hat sich alle Male gelohnt. Man kennt es von verschiedenen Gameshows und in VR ist das jetzt auch möglich. Und ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis gleich. Jetzt geht's los. Mach mal eine Zwei. Ja, na ne. Ah doch. Ein Feder nur. Ein Leben hast du noch. Und denk an deinen Kopf, dein Kopf ist breiter. Du musst in das Loch mit deinem Kopf. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Da kommt das easy. Das easy. Denk an deinen Kopf. Nicht auf die Schnauze, gell. Ja, bis nach hinten. Ja. Sehr gut. Ich würde dich gerne echt machen. Ruhe, bis nach unten. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fühl die Musik! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und vor den anderen ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020